Hallo, es geht heute wieder um Stoppbewegungen, und zwar die Kata 1 bis 25. Es gibt ja schon ein Video Teil 1 dazu und heute schauen wir uns die Bewegungen an, die wir im ersten Teil, also nicht so detailliert, betrachtet haben. Ruhig, das erste Video wird sie auch nochmal anschauen. Wir beginnen mit ein paar Vorbereitungsübungen, also die Füße vom Heben an den Daumenzeigen zueinander am Stock und einatmen und aus. Beine beugen, ein, Rücken rund und aus. Beine wieder strecken, ein, Oberkörper aufrichten, aus. T體 orage runter. Deine rang. D strength. Ligrin. 4-4-5-5-5-5-10-0. Und dabei immer darauf achten, dass man die Bewegung möglichst flüssig ineinander übergehen lässt. Und wenn ihr möchtet, so etwas ruhig auch länger machen kann. Ich mache jetzt mit einer Bewegung weiter. Ich nehme mal den Stock hier so hinten an den Nacken hin. Und gehe mit den Unterarmen so hier weiter außen hin. Und drehe den Kopf auf eine Seite. Dann hole ich hier den Stock so lang, dass ich die Muskeln am Hals ein bisschen massiere. Und auch gleichzeitig die Muskeln an meinen Unterarmen. Beide Seiten auch machen. Gut, dann ein bisschen Dehnung für die Schulter. Die Hände bleiben so dran. Daumen zeigen zueinander. Und die linke Hand ist jetzt hier in der Position. Die bleibt auch da. Die rechte geht nach oben. Und hinter mir nach unten. Jetzt bleibt die rechte da, wo sie ist. Die linke geht hoch. Und der Stock bewegt sich um, nicht vor dem Grund. Dann kann man hier nicht umwechseln. Und der Stock so vor euch auf den Boden stellen. Die Hand greift jetzt umgedreht hin, also Daumen bis unten, dann drauflegen und ranziehen. Das ist Niki. Das machen wir sonst umgestockt auch oft als Vorbereitung. Dann haben wir die andere Hand. Ellbogen hoch nach unten fallen lassen. Und dann runtersetzen. Die Knie bis rechts links drehen. So, und dann zum Aufstehen, das würde ich auch mal mit Stock machen. Da sind die beiden Hände hier so zum Zentrum hin halten. Halten wollen. Und dann gut von den Beinen hochstehen können. So, jetzt mache ich mal die Kata. Und zähle auch mit, dass wir den Bezug zu den Bewegungen dann immer gut haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zwei, zwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig. So, jetzt mache ich bis dahin, wo die erste Bewegung dann mal kommt, die wir noch nicht genau erklärt haben. So, fünf ist Jokumen und Mitwechsel, das hatten wir beim letzten Video. Und jetzt kommt ein Jokumen ohne Handwechsel, das ist hier gleich so dran. Und ich gehe so nach vorne und greife von links an, dann stehe ich über Kreuz. Absicht, so komme ich dann wieder an, Nummer sechs. Dann geht weiter mit dem Dreh, sieben, acht. Und dann kommen noch zweimal Jokumen ohne Wechsel. Neun, und wieder zurück, zehn, dann stehe ich wieder so wie am Anfang. Also von Position Nummer sechs nochmal, um mich das so anzuschauen. Dieses zweimal hintereinander auch mal wechseln, das kann man ruhig separat auch mal üben. Also losgelöst von der Kata, mache das mal vor, ruhig dann jedes Mal Schritte auch dazu machen. Also ich greife von links an und von rechts. Das kann man natürlich als Übung auch mal genau Seitenverkehr üben. Der Kata kommt das so jetzt nicht vor, deswegen lasse ich das mal weg. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das ruhig machen. Und das wäre die Position nach Nummer zehn auch. Dann geht's weiter mit elf nach hinten spoßen, zwölf drehen, 13 schützen, 14 Jokumen und Wechseln. Das ist dann auch mal das bekannte Sache. 15 ist jetzt, ich gehe nach hinten, ich weiche eine Bewegung aus, die von vorne auch nicht zukommt. Also ich ziehe die Füße zurück und gehe auf die Knie mit der Hand. Zum Ende vom Stock schiebe ich den so nach hinten durch. Und jetzt muss man so stehend auf der Linie zurückgehen und den Stock so mitschieben. Dann als nächstes greife ich wieder von links an, und zwar so im Kniehimmel beim Partner, noch einen Schritt vor, die Hand bleibt so dran, 16. Dann drehe ich den Stock, stoße nochmal nach, 17. Also nochmal von hier, ich komme hier so an, nochmal 14, 15, 16, 17. Und von hier geht's dann wieder in der Schützenposition, 18, komme ich zwar von so weit unten jetzt, aber wie ich hier ankomme, ist genauso wie sonst auch beim Schützen. Also wieder hochgehen, die Hand ist jetzt fest, die lässt los. Und ich mache einen möglichst großen Bogen, einen großen Schwung in den Stock nach vorne und ziehe aber mein linkes Bein dabei zurück und komme damit auf den Boden an. Also Knieweiche absetzen, Zehen aufgestellt. Und auch sicher aufhören, nochmal auf den Zug. Und das Hochbekommen dann auch, also das Bein geht hoch, der Stock geht so hoch und das ist der Angriff wieder nach vorne. Also nochmal hier von der Position, 19, 20. Und jetzt mache ich nochmal ab 15, dass es dieses nach hinten geht, 15, 16, 16, 18, 19, 20. Nochmal stoßen, 21, ja wirklich auch ein bisschen aus der Linie raus, drehen, 22, 23, 24, 25. Anschluss stehe ich dann wieder so überkreuzen, das ist wieder jocke und ohne Wechsel. Letzte Position. Nochmal ab 15, 20. Jetzt nochmal einmal ganz nach vorne. und dann einmal in die Richtung, 1, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1,